Die norwegische Verteidigung gegen die Spanische Partie Hier sind die Hauptzüge Springer F6 und A6. Hier geht es weiter mit A6. Läufer A4 ist mit überwältigender Mehrheit der Hauptzug. Es gibt natürlich hier noch die Abtauschvariante, Läufer schlägt C6, aber das ist hier nicht Thema unserer Serie und Läufer C6 kommt auch eher selten vor. Läufer A4 und hier setzt Schwarz fort mit B5. Der Hauptzug hier ist auch mit überwältigender Mehrheit Springer F6, aber hier geht es weiter mit B5 in unserer Serie. Weiß könnte hier schon stutzig werden, wenn er diesen Zug sieht, aber er hat keine Wahl, denn der Läufer muss natürlich nach B3 zurück, ist ja angegriffen und jetzt kommt die Grundstellung. Der Zug, der die norwegische Verteidigung charakterisiert, das ist dieser Zug, Springer A5, sieht auf den ersten Blick etwas absurd aus, wie gesagt. Warum? Weil Schwarz seine Entwicklung vernachlässigt. Die einzige Figur, die er schon entwickelt hatte, der Springer, der zieht nochmal, geht nach A5 und greift den Läufer an auf B3. Das ist auch die Hauptidee der norwegischen Verteidigung. Schwarz möchte den starken Läufer auf B3 abtauschen gegen seinen Springer. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, das ist nicht ohne Gift und es ist erstaunlich gut spielbar. Zum ersten Mal sah ich diesen Zug in einer Bundesliga-Partie, Ende 2017, in der Partie zwischen Alexander Mister gegen Francisco Ballejo Pons. Der starke spanische Großmeister ist bekannt für sein kreatives und teilweise auch extravagantes Spiel. Er gewann damals eine richtig starke Partie gegen Mister und daraufhin beschloss ich auch, diese Variante selbst auszuprobieren. Ich habe sie in zwei Turnierpartien getestet und in zahlreichen Blitzpartien und ich musste feststellen, auch zu meiner Überraschung, dass die Gegner A, die Variante überhaupt nicht kannten und B, auf sich alleine gestellt, natürlich nicht den besten Weg gefunden haben, um darauf zu reagieren. Und das hat mich bestärkt, natürlich das weiter auch zu analysieren und in dieser Serie werde ich euch all meine Erfahrungen und all meine Analysen mit euch teilen, die auch weit darüber hinaus gehen über das, was bisher in dieser Variante gespielt wurde. Die Theorie ist auch nicht besonders weit fortgeschritten hier, denn die Variante ist natürlich nicht so weit verbreitet. Objektiv betrachtet sollte Vice auch in einigen Varianten zumindest einen leichten Vorteil nachweisen können, aber es ist schwierig und es ist insbesondere schwierig, am Brett das nachzuweisen, wenn der Gegner überrascht wird. Die zwei Gegner, gegen die ich gespielt habe, das war zum einen die starke Nachwuchsspielerin Fiona Sieber und in der anderen Partie war es sogar ein starker Großmeister, gegen den ich gespielt habe. Und bei beiden war es so, dass sie lange nachgedacht haben, fast 20 Minuten und dann auch gar nicht ideal reagiert haben. Ich werde später in den Videos zu den einzelnen Varianten nochmal darauf zurückkommen. Nach Springer A5 verfügt Vice über verschiedene Fortsetzungen. Der Hauptzug ist die Ruchade. Es gibt hier aber auch andere Züge. Springer E5 zum Beispiel, der Bauer auf E5 hing ja. Das ist aber harmlos. Hier tauscht Schwarz jetzt sofort den Läufer auf B3. Er muss er ja, weil F7 ist angegriffen. Und geht dann mit der Dame nach G5 und durch den Doppelangriff auf G2 und E5 bekommt er den Bauer wieder. Da habe ich einige Blitzpartien schon gespielt und das ist aus meiner Erfahrung her relativ harmlos. Da hat Schwarz gutes Spiel. Das wird auch nicht so häufig gespielt. Ein weiterer interessanter Zug ist Läufer mal F7. So hat übrigens Fiona Sieber gegen mich fortgesetzt. Sehr, sehr mutig, wenn man das vorher natürlich noch nie gesehen hat, einfach mal den Läufer zu opfern. Aber natürlich, wenn man die Variante vorher noch nie gesehen hat, könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, dass das der Hauptzug ist. Nach König F7 Springer mal E5 Schach ist jetzt die Pointe, der König muss nach E7. Nach E8 wäre Blödsinn wegen Dame H5 und Schwarz würde Material verlieren. Denn er müsste hier nach G6 diese Stellung weiterspielen und Computer sagen hier, dass Weiß ganz klar im Vorteil ist. Aber man geht natürlich nicht nach E8, sondern nach E7 überraschenderweise. Auf den ersten Augenblick sieht das gefährlich aus für Schwarz. Aber objektiv, ich habe das ziemlich tief analysiert, ist es so, dass Weiß allerhöchstens leichte Kompensation bekommt hier. Also objektiv ist das völlig in Ordnung für Schwarz. Ein weiterer Zug ist D4. So spielte übrigens der Alexander Mister gegen Barjero Pons in der Bundesliga. Nach ehemal D4 sollte Weiß jetzt hier mit der Dame nehmen. Weil Springer D4 ist ein kleines Problem. Das Läufer B7 kommt und dann ist die Drohung C5 hier sehr, sehr stark. Das ist übrigens ein Motiv, das kennt man aus der verbesserten Steinitz-Verteidigung. Wenn der Springer von C6 weggezogen hat oder nicht da steht, dass C5, C4 ein Problem darstellen könnte. Hier setzt man mit Dame D4 fort und das ist ein eigener theoretischer Pfad hier. Hier muss Schwarz unbedingt Läufer B7 spielen, weil es droht. Läufer mal F7, Nebs, Dame D5 schach und der Turm auf A8 hängt. Aber nach Läufer B7 ist die Stellung völlig in Ordnung. Rochade D6. Das schauen wir uns hinterher in einem Video an. Übrigens setzte Großmeister Kovcan gegen mich hier mit Läufer G5 fort. Und das ist übrigens schon eine Ungenauigkeit, wonach Schwarz nach F6 sehr, sehr stark schon wahrscheinlich leicht besser steht. Aber das schauen wir uns auch später in einem Video an. Der Hauptzug ist, wie gesagt, Rochade hier. Logisch, einfach die Entwicklung fortsetzen. D6 und jetzt D4. Das ist die Hauptvariante. Und nach ED4 kann hier Weiß mit dem Springer nehmen. Wenn er mit der Dame nimmt, dann sind wir über Zukunftstellung in der Variante nach 6. D4. Und nach Springer D4, Läufer B7, haben wir mehr oder weniger die Grundstellung der norwegischen Verteidigung. Ich muss dazu sagen, dass ich diese Stellung im Blitzen auch sehr selten hatte. Also meistens weichen die Weißen vorher schon ab. Aber das ist die Hauptvariante. Der Hauptzug hier ist C4 mit Angriff auf den Bauern B5. Außerdem macht Weiß den Weg frei für die Dame, sodass die Dame auf B3 zurückschlägt. Sobald Schwarz mit dem Springer auf B3 schlägt, die Dame macht dann Druck auf der B-Linie. C4, das werden wir uns hinterher in einem einzigen Video natürlich sehr intensiv anschauen, wie es hier weitergeht. Aber es gibt auch andere interessante Züge hier, wie Läufer D2, um den Springer anzugreifen und Schwarz zwingend auf B3 zu nehmen. Interessant ist auch A4, dass da zum Beispiel der chinesische Supergroßmeister Wang Hao gespielt hat bei Jeho Pons in einer Schnellschachpartie bei der Schnellschach-WM in Riyadh 2017. Das ist ein sehr interessanter Pfad, theoretisch relevant, aber auch nicht so häufig gespielt. Aber wie gesagt, alles was an Theorie hier existiert, ist nicht noch in den Kinderschuhen, muss man sagen. Dame F3 zum Beispiel ist auch ein sehr interessanter Zug, wurde aber bis jetzt kaum gespielt. Hier hatte ich Schwierigkeiten, einen Ausgleich zu finden für Schwarz, aber es wurde bis jetzt so gut wie gar nicht gespielt. Gut, das war ein kleiner schneller Überblick über die Varianten der norwegischen Verteidigung. Wir gehen jetzt gleich direkt in die Varianten rein. Ich wünsche euch viel Spaß und ihr werdet überrascht sein, wie gut die Variante ist.